Yo, was geht ab? Carlos Muniz. In diesem Video werde ich zeigen, wie man von M-Paket, Front, auf die CSL-Front umwechselt. Also dafür habe ich die CSL-Carbon-Flats bestellt, echt Carbon. Nicht wundern wegen den Felgen, dazu habe ich auch im Video gemacht, warum das jetzt so aussieht. Weil die Kopf mich halt hochgenommen haben. Hier kann man ja sehen, Felgen, die davor drauf waren. Schöne Thomason-Felgen. Aber mal gucken, für Winter werde ich mal viel für andere holen, aber das ist nur übergangsweise, also ignoriere die hässlichen Felgen. So, genau, geholt habe ich mir diese Carbon-Flats. Und so mäßig wird das dann befestigt. Festgeklebt, dann haben wir halt Panzer-Tape, sodass es vernünftig trocknet. Und dann sollte man das 12 Stunden auf jeden Fall so lassen und dann soll es fest sein. Was geht, 24 Stunden später, der Kleber ist getrocknet und jetzt war ich nochmal im Baumarkt mit Dichtungsmasse, weil da sind noch ein paar offene Stellen und ja genau. Let's go! So, nach dem ganzen Scheiß sieht es jetzt schon mal so aus. So, nach dem ganzen Scheiß. 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 Bis zum nächsten Mal.